Das aktuelle Promo-Paket von Drizzly Records, da war das drin und das haben wir gespielt. Auch ein frisches Paket, was reinkam, war mal wieder was von unseren Holländern. Da freuen wir uns ja immer drüber, Combine Forces, da ist immer was Nettes drin. Und so auch diesmal wieder. Der gute Mann heißt Mike Vandenberg, Flux Capicator oder irgendwie sowas. Also sowas habe ich noch nie gesehen, geschweige denn vorlesen müssen. Das andere ist Gemini. Ja, klingt ein bisschen, zumindest in dieser Seite, wie Sander Kleinenberg. Es steht nicht drauf, wer die Mixe gemacht hat. Es könnte also eventuell unter Vorbehalt ein Remix sein vom Sander. Das können wir aber nicht versprechen. Mike Vandenberg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mike van den Berg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verabschiede mich mit was? Das habe ich schon ein paar Mal gespielt. Wir wissen immer noch nicht, wie es heißt, deswegen können wir es euch immer noch nicht verraten. Aber die Platte ist nach wie vor genauso geil wie die ersten zwei Male. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.